So Leute was geht, willkommen zu meinem Video und zwar bin ich mal durch meine alten Aufnahmen gegangen und hab da ein Trio-Video gefunden, wo wir ein paar Trio-Customs gespielt haben. Die erste Runde waren da Pro-Customs und die zweite, da wurden auch noch ein paar normale, also was heißt normale, noch ein paar andere Leute reingelassen. Und nochmal ganz kurz, falls ich mich gerade irgendwie komisch anhöre in diesem ganzen Pre-Intro, wo ich noch kurz vor dem Video rede, es liegt daran, ich nehm das gerade relativ früh morgens auf und bin auch gerade erst aufgestanden. Und außerdem was ich noch kurz sagen wollte, bevor das Video jetzt richtig losgeht, ich hab eventuell vor, je nachdem wie gut Season 11 wird, dass ich dann ein, zwei Tage nach Season 11 Release vielleicht einen 12-24 Stunden Stream mache. Aber egal, dazu gibt es dann erstmal die Infos, wenn es soweit ist, aber ansonsten abonniert euch gerne den Kanal, das wäre ganz nice. Und ansonsten tragt euch gerne meinen Support-The-Creator-Code, Robnick, im Itemshop 1, würde mich auch freuen. Geht's dann jetzt los, viel Spaß beim Video. Robnick, hier, da kann ein Automat sein. Und hier auch. Da auch. Na, ich wollte im Tower oben, egal. Ich gehe dann zum Goldenen. Nein. Happy D. Nice. Ich habe schon eine Mini-Geoff. Kein Schild trinken, ja, vergiss nicht. Ja. Oh, die hier, Alter. Heavy here, heavy here. Okay, mach. Okay, schieß. Du musst, achso, auf heavy. Ich dachte, okay. Drei, sag, seid ihr ready? Ja, ja. Drei, zwei, eins, go. Shilt-Bank, shilt-Bank, 40, minus 80, minus 80. Ich hab da unten... Na, egal, pass. Ich hab keinen Mund, lieb. Nochmal, nochmal, wide, minus 20, nochmal, wide, minus 20. Ich hab keine AR-Money. 13 AR-Money. ja ich habe noch mal sehen ja ich habe jetzt 30 aber ich habe einen minigun dafür ich habe zwei jams ja wir können mit einer dinge fahren einfach ich habe zwei jams ja lassen wir müssen müssen wir mit dem fuß gehen einer Ich habe mehr Hoverbots als Fuß, das ist besser. Ein Necker, du machst wieder Hoverbots, okay? Ja, das meinte ich jetzt. Einer hat mit Hoverbots. Schmeiß, 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 schmeiß drauf. Machst du oder soll ich machen? Ich hab. Okay, wir gehen vor. Wo lang, wo lang? Kann ich da hoch? Ja doch, ich hab für dich gebaut. Wasserbaufil, die auf. Die können zitten. PGG. So, oder? So, wir zu hoch. Passt halt, oder? Ja. Wir sind ebenso. Ich kann Heiz fliegen. Leute, über mir. Habt ihr viele Ermode jetzt bekommen eigentlich? Ich hab 600. Ich hab keinen Schild. Ich hab 600. Splitt, splitt uns beiden, splitt uns beiden. Ich bin runter, was? Stopp kurz, geh mal einmal, einmal, einmal. Hier, splitt es. Pass, 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 ich hab genug. Ich bin nicht gar noch welche. Nein, 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 wir gehen jetzt aufs Spiel. Schau einfach mal, edit unten auf. Mach, mach hier auf. Oh, das schon, genau. Pass hier auf, hier ist ein Edit kurz. Mach mal zu. 18, ey. Wow. Die Shirtle rein. Kommt her. Wir sind gleich in Zone. Wir müssen Berg hoch, oder? Wir haben nur einen Jump-Pits. Ich mach hier auf, aber nicht. Pass auf, es sind nicht unsere Walls, die Dings. Wir sind in Zone. Ey, die Minigun hier. Ich sehe keinen Gegner. Der ist ganz unten drauf. Wait, wait, wait. Oh, ich bin fast geworben. Ich muss zielen, ich muss zielen. Könnt ihr weiter bauen? Schau mal, bau, 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 bau. Hab ihn. Wollen wir eins runter, wollen wir eins runter? Nein, nein, nein. Wir sind hoch, wir sind echt hoch. High ground, ist es blieb. Ich neig die hoch. Ich hab high ground. Ich hab den anderen gekonnt. Ich hab high. Die gehen runter. Da ist einer. Wir haben high, oder? Oh mein Gott. Ist on, 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 on. Der ist knock, der ist knock. Boom, geht zurück. Easy. Schön, Digga. Ich hab ihn finish bekommen. Ich hab noch 200 Mats hier. Ich geh für die. Ja, go for. Wir müssen ein paar Kips holen. Ich hab die Infos hier. Hab ich heavy sniped? Schön, schön. Eingekillt. Das liegt bei mir, das liegt bei mir. Ich geh hoch, ich geh hoch. Ich hab ihn runter gespielt, ich hab ihn runter. 50er Hit. Hab einen genockt. Hab ihn. Seid ihr auf high, oder? Ich geh runter. Erst on me. Ich komm runter, ich komm runter. Hab ihn. Ich hab drei mal den Pickaxe daneben gehauen. Ich hab drei mal den Pickaxe daneben gehauen. Ey, geile Runde wieder. Ja. Wir müssen echt jemanden hitten. Oh. Alter, triple heavy sniped. Och, Junge. So was geht das? Ja. Hab ihn Schildbrake. 100, minus 130, 30, 30, 30, 30, 30. Geile. Hab ihn noch, hab ihn noch. 21er. Oh mein Gott, die gehen rein, die gehen rein. Noch ein Hip, noch ein Hip. Gegen Ombi. Gegen Ombi. Gegen Ombi. Hä? What? Gegen Ombi. Wie flasht wir uns hier, Alter? Ich weiß hier auch nicht. Minus 20, normal. Wir sind wie ein... Ich... 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 halt die Wande. Der ist hier drin, der ist hier drin, der ist hier drin. Why? Der ist hier an... Schirm mal kurz, ich muss mich rein. Ja, ich halt, ich halt, ich halt, ich halt, ich halt. Soll ich mich fehlen? Ja, finn ich, finn ich. Hier ist ein Heavy, Jungs, falls jemand will. Hier oben war es irgendwo, oder? Hier oben war es irgendwo, oder? Lass zusammen, lass zusammen. Okay, ich bin da, ich bin da, mach. Wohin? Einfach zu und in der ersten Scheibe, mach. Ja, wir müssen halt loggern, das hier. Hier über die Metalle am besten, bis wir da drüben. Ich bin hier jetzt. Jump fatigue. Ich bin Romnick South, Romnick Goldstein. Schau mal. Ja, ja, ja. Spray die mal weiter, spray die mal weiter. Ich gelde, ich gelde. Wir sind hier jump-headed. Da hast du links. Der hat minus 50, der eine. Wir können eigentlich, ja, ja, komm. Komm, komm. Ja, wir sind da, jump-headed. Geh nach links, die snipen, die haben offen. Die haben offen. Du hast direkt nach zwei Höhe. Also ein Höhe. Ihr könnt's hochkommen. Ja, ich brauche nur Minis oder so, Jungs. Was? Hier. Eins höher, eins höher. Geh zu, geh hoch. Geh an der Seite hoch. Geh an der Seite hoch. Geh an der Seite hoch, mein Kripp. Geh an der Seite hoch. Geh an der Seite hoch. Wieso ein bisschen che an der Seite? Egal. So, wir tunnelen oder was? Kommt der Puls. Kommt der Puls. Ich kann einmal hier. Ja. Wir können nochmal jump-headed. Wir können nochmal jump-headed einfach. Low jump-headed. Nein, nein. Der Puls ist, der Puls ist, der Puls ist kaputt. Ich jump-headed, ich jump-headed. Geh weg. Okay, mach. Low, low, low. Egal. Ich mach 10 ne-Code. Ich mach 10 ne-Code. Wo landet ihr? Hier, landet auf wo? Landet. Oder hier. Ja, ja, landet dort. Das ist halt gerade. Er gibt mehr Chief und Headshot. Komm, weiter. Ja, mach dir, mach dir, mach dir. Ich hab zwei Kills. Nice. Ich werd gestingen. Ich muss ja noch kurz warten. Ich wohne sie runter, Gabi. Ey. Kannst du wieder hochgehen einfach? Ich hab keine, man. Ich hab die Ein-Hit getroffen. Ich hab keine Mets. Ich kann machen. Ich kann machen. Ja, gut. Aber die hittet natürlich. Ich hab immer gehittet. Feiges Flieft. Ja, er hat kreier Mets mehr, glaub ich. Ein bisschen ne Schild, aber ich bin 1-Met. Ja, ist 1 von mir. Kaffee. Ich mach 5-Met. Wir haben Schild, Bab. Wir können kurz raus. Es sind 2. Nice. Ja. Pass auf, Necrim. Ja, Digga. Jet-Bubbles weg. Wolltest du zu mir kommen einfach? Ich kann hoch Impulse. 1, 2, 3, go. Ich hab einen gespielt von dem. Ich komm runter zu spiel. Keine Mets. Der hat minus 80, minus 80, minus 80. Ich hab keine Mets mehr. Ich hab keine Mets mehr. Eine on me. Wir kommen, glaub ich, beide Kills. Das ist Gott, Alter.